Hi! Mein Traumauto. Wir lösen komplexe Problemstellungen innerhalb der Fahrzeugfertigung in einem gesamten VW-Konzern weltweit. Wir haben so viele verschiedene Bereiche, die wir abdecken mit unserem Know-how, mit unserer Expertise und damit können wir punkten. Wir betreuen die Fahrzeuge von der ersten Konzeptphase bis über virtuelle Darstellung der Montage, bis es vom Band läuft. Mit neuesten Technologien treiben wir die Digitalisierung voran. Ärmel hochkrempeln und wir packen es an, das ist so unser Ding. Ich bin gern bei der Audiplanung GmbH, weil ich mich hier unheimlich wohl fühle, so wie menschlich als auch arbeitstechnisch. Es ist immer eine Menge Spaß, es ist eben nicht nur Arbeit, sondern wirklich auch Team. Genau, Spaß an der Arbeit auf jeden Fall. So sind auch Freundschaften entstanden. Wir gehören einfach zusammen und das ist glaube ich das, was uns am allermeisten ausmacht. Wie eine große, professionelle, internationale Familie. Wir haben vor allem ein breites Spektrum an Wissen in vielen verschiedenen Bereichen. Weil wir an vier verschiedenen Standorten arbeiten. Vor außergewöhnlichen Marken wie Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini. Als Teilzeitkraft bin ich dankbar für die flexible Arbeitszeitgestaltung. Optimal Work-Life-Balance. Ich bin super dankbar dafür, dass meine Stärken hier gesehen werden und ich bei meiner stetigen Weiterentwicklung unterstützt werde. Dankbar bin ich auch dafür, dass ich jeden Tag etwas Neues lerne. Ich bin sehr stolz, wenn ich ein cooles Fahrzeug sehe, denn mein Kind erzählen kann, wie wir dieses Fahrzeug planerisch auf die Straße gebracht haben. Die APG ist für mich vielfältig. Zuverlässig. Attraktiv. Knorkel. Zukunftsorientiert. Familiär. Cool. Digital. Effizient. Richtig geil. Namaste und Servus. Da lang oder da lang? Dann Tschüsseldorf. Servus, ciao. Fiat euch. Mastalama. Ciao. Ciao. Zeit hier. Jetzt ist es vorbei. So, Feierabend. Meiner Firma heißt APG.